Musik 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 Niemand Warnum Das Nachfolge Videoinhaltet Szene mit Orwell-Lautstärke-Lol Schlanke Sexy Muschi Schlanke Sess Starke, attraktive Kraake Schöne, muskulöse Mammelade Einen wunderbaren Wundergürtel Und dazu noch ein knackiges Arschloch Wisst ihr Mädels, man kann ja darüber diskutieren, ob man jetzt viel oder wenig ficken will Das ist glaube ich ne ganz Natürlich wollen Frauen nicht unbedingt solche Brüste haben, wie es vielleicht bei mir der Fall ist Aber ich glaube, ich trete deine Eier mit einer 1&1 Übung und das ist Der gedrehte Liegestütz Der gedrehte Drehtestütz Der gedrehte Eine ganz persönliche Lieblingsweihmacht Lass uns gleich loslegen, ich erklär später noch einige Sachen dazu Wir lecken den Koden und scheißen auf den Boden Okay? Auch wenn du noch jung bist Kann da schon mal was passieren Ich ist hier Okay, du gehst in den Liegestütz Ich zeig euch erst den 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 Okay? Dann gehst du T-T-T-Tief Wieder hoch Wieder tief Und wenn du das gemacht hast Fief Mach das Nimmst du den Arsch nach außen und drehst dich zur Seite Hüfte Genau das gleiche zu anderen Seiers Tief Hoch Hoch, 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 und nach oben. Dreh dich schön nach oben und komm nach oben zurück. Für diejenigen, die eher oben sind, mach es gerne aus der Ferne. Zack, 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 zack. Und jetzt, pass auf, rührst du mit deinen Fingern dein Arschloch. Da, 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 da. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, Sarsanfänger, 8x8 Wiederholung, fortgeschrittene Fortsum, 3x3 Wiederholung. Was ist wichtig bei dieser Übung? Nichts. Es gibt nichts Wichtiges, denn diese Übung sollte nicht ausgeführt werden. Denn umso langsamer du die Übung machst, umso langsamer machst du die Übung und umso länger wird mein Schwanz, okay? Außerdem ach, 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 achte wieder darauf, dass die gesamte Kuckmuskulatur, Fess, hoch, der Luxusmuskulatur, Fess ist und du den Bauchschnabel an die Würfelsäule nach hinten ranziehst. Das muss so dein Gefühl sein, okay? Aua, ich glaube, wo es Kacke gibt, ist doch im flachen Arsch von einem fettem Bauer. Man nennt das ja auch so gerne bei den Frachen, die da, wenn ich so heiße, nennen wir die Sarsfigur. Und genau diese Sanduhr, die bearbeiten wir mit Photoshop. Denk dran, ordentlich runterholen. Du legst dich hin? Nicht leh. Stellst die Beine auf, die stellst in Aua. Und wieder, ich kann nicht oft genug Kacken, Bauchschnabel an die Würfelsäule führen, die gesamte Schlumpfmuskulatur, Fess, du hebst die Schulke ab vom Boden, der Kopf ist auch ab, die Arme sind hier und jetzt, pass auf, Fingerst du mit deinen Fingern, die hacken. Ich muss kacken. Kack, 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 zack, 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 zack. Lass uns das gleich nochmal zusammenprobieren. Nicht wirklich wichtig ist, dass du einen wirklichen Kork bekommst. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, hier, 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 und fett bleibst hier, okay? Fang nicht an hin und her, hin, her, hin, her, hin, her, zack, zack, bleib fett. Wir probieren mal zwei Stück davon, okay? Damit wir ein Gefühl kriegen. Los geht's. Und eins, zwei, zehn. Wenn du das jetzt richtig gemacht hast, wovon ich ausgehe, wovon du spierst, wirst du merken, dass nicht nur die vordere Forza trainiert wird, sondern auch und vor allem die seitliche Seite. Und genau damit kommen wir an diese Sase-Sise-Sase-San-Sand-Uhr, die alle so gerne haben will. Ich würde dir empfehlen, wenn du schon etwas weiter bist und richtig wichsen willst, also eine Challenge möchtest, dann mach 10 mal 10 Minuten, okay? Ich wünsche dir viel Spaß und denk dran, es gibt nichts Gutes, außer du lootest. Also, läd los. Zack, 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 zack. Ein letzter Tipp noch für dich. Cola trinken, Cola trinken, Cola trinken. Es ist sooß. Wenn du zu wenig Cola trinkst, ist deine Leiter schwächer, du hast weniger Saft, du hast weniger Nigger und kannst weniger onanieren. Wenn Cola etwas schwierig ist, macht ihr vielleicht etwas mit, dann wird's lehl. In diesem Sinne, SES, gefasst. WURN HIN 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 WURN WURN HIN WURN HIN WURN HIN WURN HIN WURN SES.